Manche Menschen, subhanallah, wenn sie sprechen, du hast das Gefühl, eine Toilette redet, wirklich, du hast das Gefühl, es kommen nur Unreinheiten aus seinem Mund, subhanallah. Und wirklich, es gibt Menschen, Männer wie Frauen, von außen her sehen sie gut aus, sehen sie schön aus, sehen sie hübsch aus, attraktiv aus. Aber Wallahi, sobald sie anfangen zu reden, dir wird einfach nur schlecht. Sobald sie anfangen zu reden, siehst du deren wahres Gesicht, subhanallah. Selbst die Mimik, die Gestik, subhanallah, spielt ja auch eine große Rolle beim Reden. Also wenn jemand redet, dann redet er nicht einfach nur mit seinem Mund, sondern seine Augen, seine Mimik, sein Verhalten, seine Bewegungen. Das alles spielt ja eine Rolle beim Reden. Und subhanallah, es gibt Leute, wenn du siehst und hörst und dabei bist, wie sie reden, dir wird schlecht und du willst mit diesen Menschen nichts zu tun haben.